ja moin moin liebe gaming freunde und herzlich willkommen zur allerersten folge von minecraft online und natürlich mit dem richtig bekannten und nicer game mode auf dem server badwars ja das ist natürlich einer ein modus den so gut wie jeder kennen sollte und den werden wir heute mal probieren zu zocken aber gut das wirklich jetzt nicht kann ja gut wahrscheinlich nicht oder ja und heute probieren unser glück auf dieser map ja und wir zocken natürlich normalerweise sollte die map gefüllt sein mit vier mal fünf aber irgendwie sind zwei teams nicht voll aber das juckt ja auch nicht denn wir kämpfen hier um unser überleben sowas nennt man auch gern mal ego gerecht so am ende habe ich es immer mit dem hochbauen da check ich immer nicht so kommen wir nicht klar aber das sollte vielleicht jetzt ja nicht so ein ausschlaggebendes problem sein weil ich habe mich jetzt aber wenn ich mich jetzt einfach so hinbauen wie weit haben wir es denn noch ja gut 23 so jetzt kommen uns mal hoch hier weil ich habe immer angst dass ich runterfalle irgendwie es ist übel und normal okay gehen wir das hat so an ja digga es läuft bei dir was geht da doch es geht bei dir anstatt ich mir einfach mal erstmal dass das gold hole nein da wurde ich ich als zwei wurde von weib getötet das ist ja gut so geil würde ich mal sagen ja ja rüsten wir uns erstmal aus besser gesagt dass mal erstmal das ja so mal gucken gehen nach oben ob hier eventuell ja kommen der junge da will ich doch bestimmt können oder vielleicht aber auch nicht ja ja gold 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 gauld team gelb ist äh raus vom bett her gesehen ähm das kann für uns ein vorteil seien ist es glaube ich auch wo spontan jetzt eisen ich habe die map noch nie so groß gezockt auf jeden fall brauchen erstmal knüppel und sechs exakt ich glaube da vorne ist das eisen wer alles alles zu mir ja ja wie ihr seht er liegen die erledigen die anderen teams schon den job den ich eigentlich hier machen sollte aber gut das interessiert mich herzlich wenig aber danke war bloß gut bloß gut man hat teammates hier ohne die könnte man einfach nicht das game überstehen jota 3a oh shit gibt mir verdammtes eisen alter wo ist der typ als gold ist ja hier normalerweise das bett so haben wir nicht ja nicht gesagt haben wir nicht gesagt kann ich verstehen ja hoffentlich der 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 überlebt hier noch ein bisschen ansonsten probiere ich hier mal mein glück müsste jetzt mal ganz 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 schnell hoch zu zum gold dann wieder runter raschen und dann probieren zu verteidigen weil wenn wir jetzt angriff gehen dass es so sinnlos wie keine ahnung von nur noch ein gold dann hätten wir direkt der baut eigentlich sowas eigene was hat das für einen sinn frage ich mich wir sind ja wir sind grün grün danke so jetzt werden wir uns einfach mal wieder runter begeben und unser best ist natürlich noch probieren ich muss sagen ja ich bin jetzt nicht so der ultra pro darin aber ja das macht doch kein fun wenn man alles beim ersten mal rascht klar ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht fürs gameplay ja das will ich ja gar nicht abstreiten aber immer nur durch rachen ohne irgendwie mal zu versagen ist ja auch ein bisschen scheiße von daher mag ich das eigentlich lieber schon wenn wir uns jetzt mal ein schwert kaufen so jetzt haben wir unser schwert hier ja und keiner kann uns mehr was haben wir noch alles an ok der gehört definitiv auf nicht zu unserem team mein freund wahrscheinlich baue ich mir mal also eine kleine base hier ja wir sind nämlich nur der einzige im team das ist jetzt natürlich er nicht so gut aber ich glaube wir probieren jetzt mal da hoch zu hier hoch laufen kommen wir eigentlich hoch ich habe keine ahnung ob das funktioniert oder nicht naja scheinbar schon scheinbar hat das eine wirkung auf das gameplay verhalten wenn wir jetzt entgegen kommen dann junge dann dann trägt durch aber ich glaube gegen fünf rote als ob wir das nicht schaffen würden also ich weiß ja nicht wo ihr lebt aber ich würde sagen schaffen wir locker ich bräuchte vielleicht noch mal zwei gold damit ich mir dieses eisenschwert gönnen kann denn dort bin ich dann bin ich im nahkampf wirklich also relativ relativ gut perfekt haben wir sogar im angebot kommen besiegt schaden nehmen wir jetzt mal in kauf hier schwer die eisenschwert sehr gut so machen wir das ja erstmal hier rein 38 blöcke sollten vielleicht auch ausreichen ich habe die map so gut wie wirklich noch nie gezockt von von daher einfach ich habe jetzt nur plan was jetzt eventuell gut ist und was wie die taktik hier anzustreben ist um es mal besser auszudrücken ja dann müssen wir uns erstmal durch ackern natürlich wäre es nicht schlecht wenn wir uns jetzt noch einen bogen gönnen würden kommt ihr irgendwer von oben nein kommt da nicht war das falsche ich könnte zwar jetzt auch zu einer anderen basis rüber laufen in dem fall zu gelb das wäre dann vielleicht da drüben wir sind grün ja ja das ja da drüben mein freund hier kommst du nicht rüber kollege bleibt schön da oder bist ja ich hoffe ich hoffe jetzt einfach mal dass sie die hier ja gut was rücken können wir nicht mehr da müssen wir rot zerstören also ich meine die hoffnung die stirbt zuletzt ne aber ich bin ziemlich unzufalle unzuversichtlich dass wir das noch schaffen wir haben auch so ein scheiß bogen hier von daher sollen die doch mal ruhig in den nahkampf kommen wenn die natürlichen stärke dran gedrückt haben aber natürlich ein problem ja aber ich hoffe ich hoffe jetzt einfach mal dass das nicht gemacht haben weil wenn es jetzt natürlich die not so gut for me ich brauche nur ein bisschen ein bisschen gold hier noch vier habe hier erst ich den rest nicht in der kiste unten alter ich hoffe jetzt bloß ne alter junge wenn nicht dann drehe ich jetzt drehe ich durch oh ne in dein ernst jetzt ja ok ja gut wahrscheinlich schon ne fuck ja er hatte die bessere combo gehabt nein ich hatte die bessere combo gehabt YOLO ah fuck ein herz noch los reg 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 ah ok gg kann man wohl nichts machen Ja, man muss einfach mal, äh Man muss den Leuten einfach mal lassen, dass sie eigentlich gut gespielt haben Wir haben am Anfang das versaut mit dem Bett Ja, das ist einfach so Kann man nichts machen Aber wir werden uns, äh, auf jeden Fall demnächst, in einem nächsten, äh Minecraft Online Video wiedersehen Äh, vielleicht mal auf Hive oder Ich, ich weiß es wirklich nicht Äh, da musste ich mal gucken, was wir uns, äh Sozusagen, gönnen können Ja, ähm, Team Blau, nicht schlecht gemacht, wirklich Also, ja gut, was, was will ich auch mit einem Einserbogen gegen so viele machen Das ist ganz einfach scheiße gewesen Ja gut, ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Hoffe ich zumindest, äh Ja, ansonsten Würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen Wenn es euch natürlich so gefallen hat Ansonsten, ja Ansonsten natürlich auch eine Bewertung Aber dann halt die andere, die andere Bewertung sozusagen Ja, ansonsten dann Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis da rein Bis da rein? Hä, lol Was war denn jetzt gerade los, Alter? Jetzt habe ich gerade irgendwie total Brain-Afghan, ne? Hä, okay Bis denn, haut da rein Bye, bye